Hallo zusammen, mein Name ist Tanja. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Labels nutzt, um Kunden und Tests in der Rigo App zu identifizieren. Kundenlabels helfen dir, Gruppen von Kunden zu erstellen und zu identifizieren, damit du sie miteinander vergleichen kannst. Stell dir einen Sportverein mit verschiedenen Teams vor, die ein Screening durchlaufen und du möchtest herausfinden, welches Team besser abschneidet. Oder ein Therapeut, der Patienten mit Sprunggelenksverletzungen von Patienten mit Kreuzbandrissen unterscheiden möchte.